Jo Freunde, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute mache ich neue Woche 12 Season Aufträge, der fünfte und letzte Auftrag und zwar Sprich mit Charaktere und kostenlose Gegenstände zu erhalten. Fünfmal. Dann würde ich sagen, fangen wir direkt an mit dem Auftrag. Ja, das ist gewollt. So, also SS landet ihr hier auf der Karte. Ihr könnt hier auf der Karte landen, ihr könnt bei egal welchem Charakter landen. So, hier ist jetzt mal, wie gesagt, bei egal welchem NPC, ich bin jetzt auf der Karte. Ganz genau hier. So, bei Genesung. So, einfach hingehen und dann bekommt ihr direkt einen Gegenstand. So, zack. Ihr seht, wir haben einen Gegenstand direkt erhalten. Ihr könnt nicht wieder hingehen und direkt so hintereinander. Ihr müsst jetzt verschiedene Matches machen oder ihr könnt jetzt zu vier anderen NPCs gehen, das gleiche machen. Dann habt ihr den Auftrag auch abgeschlossen. Insgesamt fünfmal, Leute. Und ja, Leute, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst gerne ein Like, abonniert gerne meinen Kanal, lasst Glock tief, dass kein Video mehr verpasst. Lasst Glock tief und ciao. Hot Rimes nächstes Mal, Leute. Tschüss. Tschüss.